Unglaublich. Hofreiter schreit Bauern an. Das ist ein drittes Mal. Unser Staat kann sich nicht mehr alles leisten, weil wir haben Krühe in Europa. Genau. Ja, und dann wird er zurück schrien, nennt den Krühe. Und ich darf mal jedem empfehlen, der diesen Scheiße erzählt, dass wir den Krühe auffahren können. Der soll mal in die Ukraine fahren und damit die Leute reden. Ja, da schickt man noch Waffen hin. Du hast drei Mal in die Ukraine. Ja, und? Ja, und? Und die Leute, sie sterben da massenhaft, weil Putin sie angreift. Weil wir Waffen schicken. Weil wir Waffen schicken, deswegen sterben die Leute. Keine Waffen in Kriegsgebieten, hieß es doch. Deswegen wählt man die Grünen. Der hat nämlich Putin weitere Länder angreift. Und wer das ignoriert, der riskiert halt, dass im Baltikum und in Polen adleit. Genau, das ist eine Propaganda. Das ist ein Quatsch. Deshalb kommt es jetzt darauf an, dass wir Frieden und Freiheit in ganz Europa verteidigen. Und dazu müssen wir alle einen Beitrag leisten. So ein Blödsinn, echt. Was sagt ihr dazu? Ab in die Kommentare damit.